Und Halli Hallöchen Leute, hier ist wieder mal der Nob und ich sollte ja mal auf Anfrage so ein kleines Erklärbär-Video machen, so in der Richtung zu GTA San Andreas, wie man das jetzt patchen kann. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel GTA San Andreas bei Amazon oder euch sonst wo kauft, dann bekommt ihr auf jeden Fall die GTA San Andreas Version 2.0. Ich hab das hier ruhig rumliegen, wartet mal. Ach, das steht direkt im Spiel. Ja, scheiße, das steht jetzt nirgends so auf der CD oder so drauf. Wenn ihr das Spiel anmacht, dann steht auf jeden Fall da ganz unten beim Startbildschirm GTA San Andreas 2.0. So, dazu gibt es zwar schon einige Patches, aber da ist die Gefahr darauf hin, dass das Spiel ständig abstürzt. Und da ich hier oben schon mal ein paar Seiten vorbereite, ich hoffe, das sieht man da noch alles, weil ich hab jetzt nicht irgendwie so ein Zoom-Tool oder sowas dabei in dem Video. Und zwar braucht ihr auf jeden Fall den GTA San Andreas Downgrade Patch. Der Patch z.B. dann das Game von 2.0 auf 1.0, was die beste Variante wäre, damit ihr auf jeden Fall alles patchen könnt. Da könnt ihr jedes Auto reinhauen, Blattenmod, was weiß ich, allen möglichen Kappels könnt ihr in ein Spiel rein integrieren, ohne dass es abstürzt. Bei der 2.0, wie es hier gerade steht, ich kann das ja mal markieren, bis dahin, da steht man es ja, 2.0. Da könnte es eventuell passieren, ich kann es noch ein bisschen größer machen, warte mal. Ne, kann ich nicht, doch jetzt. Zack, 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 zack. Ja, hier 2.0, da könnt ihr allerdings nicht allzu viel Patchen machen tun. So, dann, also wie gesagt, bei Google ganz einfach eingeht, dass der Andreas Downgrade Patch von mir aus auch 2.0 zu 2.1.0. Dann haut das nämlich auch hin, das findet ihr eigentlich sofort. Ich muss das wieder weg hier, das brauche ich jetzt nicht. Da, da ist wieder, was ich wollte. So, wir gehen dann hier auf die Seite, das könnte auch, ich sehe da hier oben den Text, ich kann auch mal die Links dann alle in das Video, unten in die Videobeschreibung einfügen. Da sind wir jetzt bei Filefront, geht renteftauto.filefront.com und da geht ihr ganz einfach hier unten, da ist ein braunes Kästchen, da gibt es nur ein braunes Kästchen, falls einem das jetzt irgendwie noch was sagt. Ich kann wieder vergrößern, zack, 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 zum Glück hat man Firefox. So, dann geht ihr ganz einfach auf Download, könnt das Ding downloaden, dann müsstet ihr das irgendwo im Ordner haben. Genau, dann sieht das so hier aus, bei euch müsste jetzt eigentlich halt so ein Zip Ordner sein, ganz normal im Packen. Müsste ja jeder wissen, wie das funktioniert, das will ich jetzt nicht unbedingt zeigen, weil ich bin nicht so der Erklärtyp. Dann, wie gesagt, geht das so an Andreas Downgrade Patch, das Spiel müsste das schon installiert haben, sonst haut das nicht hin. Ihr nehmt die beiden Dateien hier, die beiden, haut, ja ich brauche ich natürlich ein neues Fenster, zack. Dann müsst ihr zum Beispiel jetzt bei Windows 7 auf lokalen Datenträger, Programme, also Programme mal 86 ist bei mir, dann auf Rockstar, Real Tech Rockstar, geht jetzt dann, achso, ich kann es auch mal ein bisschen langsamer zeigen, sonst kommt ihr euch hinterher hier. Hier, Rockstar Games, müsst ihr dann also im Ordner finden, da oben habt ihr den Weg, Computer, lokaler Datenträger, Programme, bla bla, Rockstar Games, könnt ihr auf das Auto zahlen Andreas. Und dann hier, da sehen wir schon die Dateien, die müsst ihr dann einfach zum Beispiel hier entweder mit rechts, da mit rechtsklick kopieren und dann da einfügen. Und dann müsst ihr, habt ihr das schon auf jeden Fall schon gepatcht, so gesagt, das ist dann schon downgegradet. Und dann könnt ihr das nicht mehr über die, nicht über die Datei hier öffnen, also über die normale, ihr müsst dann normal, ihr müsst dann immer in diesen Ordner gehen. Also bei mir ist es zumindest so, ihr müsst dann immer in den Programmeordner, Rockstar Games und dann hier über den GTA San Andreas Kompakt, darüber, dass ich das Spiel dann öffnen und dann funktioniert das auch. Also ihr könnt jetzt nicht auch zum Beispiel, das Game hier zum Beispiel hier rauf kopieren auf euren Desktop, das funktioniert jetzt, muss hier im Ordner sein. Also so wie gesagt, so ist es bei mir, so ist es nur so, aber mich stört das gar nicht, so ist es nicht so schlimm. So, dann könnt ihr das Ganze mal starten, aber, und das funktioniert doch alles, kann ich bestätigen, ihr seht's ja bei meinen Displays. Hab dann allerdings nicht mehr, ihr habt dann nicht mehr Full HD, ihr habt dann nur noch 1600, wenn ich das jetzt witzel aus dem Kopf, ich hab jetzt auch keine Dings hier, scheiße. Also es ist halt nicht mehr Full HD, ist dann nur noch so HD Ready, könnte man sagen, wenn überhaupt. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, das machen wir jetzt halt weg hier, das ist jetzt nicht mehr wichtig, hier habe ich schon die nächsten zwei Sachen, dazu kommen wir jetzt aber gleich. So, machen wir das hier auf. So, das Hammer, ihr habt jetzt das Game so gesagt downgegradet, dann braucht ihr als nächstes den GTA Image, da gebt ihr einfach ein bei Google GTA IMG ein und dann habt ihr vielleicht die erste Seite, findet ihr sofort. Könnt ihr auch bei Goentheft Auto Filefront, ist eigentlich am besten, da könnt ihr es downloaden. Jetzt war es so groß bei mir hier. So, dann hier wieder download aus dem braunen Kästchen, im Download, bla bla bla. So, also das übliche wie vorhin eigentlich. Und jetzt aufgepasst, das Image Tool, das könnt ihr nur öffnen mit Rechtsklick und als Administrator ausführen, ansonsten funktioniert es nicht. Ansonsten gibt ihr, kann ich ja mal zeigen, wenn ich das jetzt so mache, bumm, File Set, da 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 da, geht nicht. Der öffnet zwar das Ding, aber es funktioniert nicht. So, wir machen das jetzt als Admin. Jo, bestätigen, mach mal. Wir vertrauen dem Programm, da passt absolut gar nichts. Habt ihr so ein kleines leeres Kästchen, das ist normal, das soll so sein. Dann müsst ihr auf File, Open. Ja, und jetzt muss ich gucken, hier GTA 3, es ist immer GTA 3, ganz egal wo, bei mir ist ja, ist der Weg schon drin hier. du bist auch wieder in den programme also lokale datenträger dann in die programme 86 lox da games grand theft auto dann auf models dann immer so ja gut dass dann auf gta 3 ist es immer gta 3 der image ordner den müsst ihr öffnen wenn 60.000 daten angezeigt jawohl das sind jetzt alle texturen drin die es in dem spiel gibt komplett also komplett alles alle autos ich kann jetzt mal gucken fein ja zum beispiel in sabre sabre dff da müssen unten sein jawohl da habt ihr jetzt die dff und die textur datei so dazu kommen aber gleich ich kann sie nicht schon offen lassen so nächster schritt jetzt wollt ihr ja ein paar skins haben für die autos oder texturen wie auch immer dazu geht ihr auf gta insight findet auch über google einfach geht ja in zeit machen eingeben dann habt ihr gleich die seite bei mir alles extrem groß sein oder auch nicht ich dachte dass es geht ja in zeit hier diese seite super also da findest du wirklich alles was sie hier in der rechten seite findest du diverse sachen da zum beispiel gta 4 geht ja san andreas und da gibt es jetzt zum beispiel bikes boote cars wir nehmen jetzt noch mal autos so jetzt habt ihr jetzt sich tausend automarken nach ja ich kann es ein bisschen größer machen dass manche können dass ich lesung dem bildschirm haben ich habe ja so ein riesenbildschirm bei mir rumstehen so dass sie auch ein bisschen schneller jetzt so schi acura alfa romeo ist martin bentley bmws cadalex jumpwater kreiser und so weiter landwirtschaft und mercedes und allen möglichen scheiß wie vvvvvv volkswagen weil ich nehme mal ein auto der geht nirgendwo egal ich hätte mal volkswagen sind das maul gegangen mal gucken wie das aussieht ist leider ein bisschen so es sind kleiner machen da war schon mal ein der allerdings ziemlich hässlich ist natürlich von oldschool bis mega hyperneu ich will es ein bisschen kleiner haben bitte stürze jetzt nicht wieder ab und solch kleiner werden scheiß geht nicht da hat man schon abgestürzt ich dachte jetzt schon na egal es hat ein bisschen größer sind die bilder natürlich ein bisschen unscharf hier sieht man ja ultimativ bling bling hast nicht gesehen kannst du jedes auto nehmen was du willst also den bmw 3er müsste das sein m3 genau du hast mit 3 bb gibt es noch ganz diverse zigtausend andere am besten sind immer die von gta inside diese selbst gemacht haben natürlich ein bisschen größer aber nicht schlimm so ganz normal dann einfach ganz gut aus das ist das fehler das ist der 3 90 den kann man downloaden jetzt haben wir mittlerweile schon download starten vorher gab es noch andere wege aber das ist natürlich am einfachsten speichern ist einfach mal geladen ist einfach was runter mal gucken das sollte man nur 10.000 jahre dauern weil ich habe eine 2000 leitung wird man auch gleich sieben wenn er mal starten würde wenn er mal starten würde er halt nicht darauf geschickt habe noch autos auf dem rechner das versteckt ist erklärungsvideo aller zeiten ähm so jetzt wollte ich meinen ordner wieder wenn wir jetzt alles bei downloads drinnen gta autos hier haben wir ja schon ein paar drinnen hier dritt mit dem bmx habe ich schon drinnen so zum beispiel so sieht dann die datei eigentlich nicht aus ist dann auch wieder wie so eine zip datei aus hier eine winrad datei die muss natürlich dann entpacken dann sieht das so aus habt ihr ganz viele zahlen dahinter stehen und dann natürlich bm was schon drin mit den 90 seedan so ich habe das bild noch mal dann bitte man das besser sieht da so da ist auch schon da schließen wir mal wieder ja dann hat er hier zum beispiel den 8 stehen auch natürlich dem bmw 3 90 seedan da steht der elegant dff und elegant textur so jetzt braucht man den image das mit stuhl ich hoffe ihr seht ja noch alle was weil ich kann das wie gesagt nicht größer stelle ich könnte jetzt die du aktiv in einem komplett durcheinander das wollte ich jetzt so edit müsste dann gehen auf edit und dann fein die können natürlich auch f2 drücken aber ich mache das immer so so wenn jetzt zum beispiel bei mich ist schon sauber dff drin das heißt das dff schon drin jetzt suche ich nach den elegant dff so die datei davon müsst ihr sogar eine backup datei erstellen was ich hier schon habe da stellt euch einfach mit rechtsklick neuen ordner den ente dann zum beispiel wie bei mir geht der sandreas backup natürlich falsch geschrieben doppelgroßen konsonanten b und a da sind ja schon diverse autos drin so wieder klein da macht ihr einfach mit rechtsklick extract oder extrakt also rausnehmen wir dürfen das nun nicht löschen ihr müsst erst mal das rausnehmen extract dann natürlich euren ordner suchen euren backup ordner der ist beim jetzt auf dem desktop hast du schon desktop meine frisse nicht zu finden da geht das andreas backup dann macht einfach okay dann wird das darin reinkopiert natürlich macht das auch mit der textur datei die ist direkt darunter das ist ganz praktisch damit auch wieder extrakten den ordner rein so dann könnt ihr die beiden sachen löschen allerdings wo ich das mal einzeln machen ich müsste einfach löschen komplett rauslöschen natürlich ein paar pico bringer und logisch und dann holt ihr euch die dateien also der ja sage ich euch gleich ich kann mal eine löschen ist jetzt nicht schlimm die zb die ff hauen wir jetzt einfach aus gelöscht so diese zweck dann geht ihr auf comments also bei mir ist das jetzt unter dass er nicht unter desktop sondern downloads da gehe jetzt quatsch ja also hier natürlich auf das kästchen dann auf nope lp downloads und auf dabei mit setzen geht ja sandreas autos jetzt muss ich jetzt mal wieder finden ja beim ganzen gewirr so da ist er dann die elegant die ff öffnen zack und schon ist hier das war ganz toll die ganz woanders reingehauen wir suchen damit ihr auch zeigen kann dass sie wirklich da ist so die ff und da unten ist deshalb dass er da drinnen jawohl so die elegant die ff ihr habt jetzt schon wir meine let's plays verfolgt den bmw schon ein paar mal gesehen gehabt das ist ja nämlich also so könnt ihr nachgucken wenn man jetzt nicht glaubt dass es jetzt da drin ist weil ich will sich noch das spiel anmachen weil ich hab das spiel hat nicht drin so einfach ist es eigentlich so jetzt müssen wir mal wieder alles hier ein bisschen ja freunde das wärs eigentlich schon haut da erst mal rein wenn euch das um die geholfen hat feedback geben oder so aber erst mal das war es im großen und ganzen haut da rein ich hoffe ja ihr kriegt das alle hin jetzt ich bin so frei und sagt das einfach mal auch beschützt man aus diese lustigen linien groß klein groß dann muss das egal so haut das war ein schuss ich bin raus